A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahi rrahmanir rahim. Beim Feigenbaum und beim Ölbaum und beim Berge Sinai und bei dieser sicheren Ortschaft. Wahrlich, wir haben den Menschen in bester Form erschaffen. Als dann haben wir ihn in die niedrigste Tiefe zurückgebracht. Ausgenommen davon sind diejenigen, die Glauben und Gutes tun. Ihnen wird ein unverkürzer Lohn zuteil sein. Und was veranlasst dich hernach, die Religion zu leugnen? Ist nicht Allah der gerechteste Richter?